Ich lerne Deutsch. Nummer 13.086 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Höre auf deinen Körper und höre mit dem Klettern auf, wenn du müde oder überfordert bist. Höre auf deinen Körper und höre mit dem Klettern auf, wenn du müde oder überfordert bist. Veränderungen bringen frischen Wind in unser Leben und eröffnen neue Perspektiven. Veränderungen bringen frischen Wind in unser Leben und eröffnen neue Perspektiven. Veränderungen bringen frischen Wind in unser Leben und eröffnen neue Perspektiven. Gerechtigkeit bedeutet, jedem Menschen das zu geben, was ihm zusteht. Gerechtigkeit bedeutet, jedem Menschen das zu geben, was ihm zusteht. Gerechtigkeit bedeutet, jedem Menschen das zu geben, was ihm zusteht. Der Erfolg kann in den kleinen, alltäglichen Dingen liegen, die gelingen und vorankommen. Der Erfolg kann in den kleinen, alltäglichen Dingen liegen, die gelingen und vorankommen. Stefanie lehnt an einem Baum und telefoniert mit Jakob. Stefanie lehnt an einem Baum und telefoniert mit Jakob. In der Schule sollten die Schüler ihre Computer verantwortungsvoll und schonend benutzen. In der Schule sollten die Schüler ihre Computer verantwortungsvoll und schonend benutzen. Ich dokumentiere Netzwerkkonfigurationen und überwache die Netzwerkleistung. Ich dokumentiere Netzwerkkonfigurationen und überwache die Netzwerkleistung. Ich dokumentiere Netzwerkkonfigurationen und überwache die Netzwerkleistung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich 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 Vielen Dank.